Hi, hier ist wieder Chris und in diesem Tutorial zeige ich euch, wie ihr die Funktion Teil benutzen könnt. Ich habe hier zum Beispiel so eine Namensliste und ich möchte die Funktion Teil dafür benutzen, um zum Beispiel vom Vornamen die ersten beiden Buchstaben rauszuziehen. Danach werden wir das mal so machen, dass wir den Vornamen und den Nachnamen zum Beispiel innerhalb von einer Zelle haben, und zwar getrennt durch einen Punkt und ein Leerzeichen. Und das geht super einfach. Und zwar nehmen wir einfach jetzt mal diese Zelle und machen das mal hier bei Carl. Ich gebe ein Gleichheitszeichen ein, um die Funktion auszulösen, gebe dann den Funktionsnamen ein, Teil, Klammer auf, und als erstes muss ich natürlich angeben, welche Zelle. Na klar, ich will hier den Carl, also gebe ich hier die Zelle B2 an, und das sind halt die Koordinaten B2, die werden hier eingetragen. Dann kommt ein Semikolon und jetzt die Frage, ab welcher Position möchte ich dann die Buchstaben eigentlich haben, also den Teil. Und ich will ja ab dem ersten Buchstaben anfangen, das heißt schon ab dem K, also muss ich eine 1 eingeben. Wer zum Beispiel mit dem R anfangen will, der müsste jetzt hier eine 3 eingeben. Ich werde noch ein Semikolon eingeben und dann kommt der dritte Parameter und der ist dann halt die Frage, wie viel Buchstaben will ich dann haben. Und ich möchte nur 2 haben, also gebe ich eine 2 ein. Jetzt können wir die Funktion schon abschließen, also das ist der erste Teil sozusagen von dem Tutorial. Das heißt, ich mache eine schließende Klammer hier rein, drücke Enter und dann bekommen wir auch schon K, A raus. Wenn ich das Ganze runterkopiere, dann wird sich das natürlich automatisch auf die anderen Zellen übertragen, denn wir haben ja einen relativen Bezug hier genommen, B4. Also wer sich damit noch nicht auskennt, schaut euch das ruhig nochmal an mit dem Tutorial. Relative und absolute Bezüge, sehr, sehr wichtig, gerade beim Kopieren. So, das ist soweit fertig, wie gesagt. Und jetzt werden wir das mal so machen, dass der Nachname mit rangehangen wird. Ja, Verkettungen kann man jetzt zum Beispiel so machen, indem man einfach ein Und-Zeichen hinten ranhängt. Also so ein Und-Zeichen hier, also kaufmännisches Und. Und wenn wir jetzt allerdings nur diese Zelle auswählen hier, C2, und ich mache das mal, dann haben wir natürlich noch kein Leerzeichen und ja, im Prinzip auch noch kein Punkt. Und ihr seht, das Ergebnis steht ja hier oben schon drin. Und wenn ich jetzt Enter drücke, klar, dann steht hier nur K, A, Mustermann zusammenhängt. Jetzt brauchen wir aber noch ein Punkt und ein Leerzeichen. Und das geht auch ganz, ganz einfach. Wir klicken hier nochmal rauf. Ich lösche das hinten nochmal ganz kurz. Und nach dem kaufmännischen Und, also dieser Verkettung, müssen wir nur in Anführungszeichen ein Punkt setzen, dann ein Leerzeichen, dann nochmal ein Anführungszeichen. Und jetzt haben wir zwar unser K, A, hier oben steht ja schon das Ergebnis, aber wir wollen ja den Nachnamen noch mit dranhängen, nach dem Leerzeichen halt sozusagen. Und dem Anführungszeichen machen wir einfach noch eine Verkettung, das heißt noch ein Und-Zeichen oder kaufmännisches Und hinterher. Dann auf Mustermann gedrückt, hier auf den Namen, Koordinaten von der nächsten Zelle eingetragen. Und jetzt können wir schon Enter drücken und jetzt bekommen wir eben K, A, Mustermann. Ich markiere das hier wieder und über den kleinen Anfasser ziehe ich das hier runter und dann haben wir überall halt immer den Vornamen abgekürzt und dann ein Punkt, ein Leerzeichen und dann der Nachname. Wer das zum Beispiel auch abkürzen will dahinter, der kann das ebenfalls machen. Er muss nur statt der T, also C2 hier zum Beispiel, dann auch die Funktion eintragen. Ich sage jetzt mal, wir machen das einfach mal, Teil, Klammer auf und jetzt wollen wir ja den Nachnamen, also können wir ja nicht B2 eintragen, wir müssen jetzt C2 eintragen, zack, klicken darauf. Dann ein Semikolon, dann wie gesagt, ab welcher Position will ich dann hier den Nachnamen auslesen, den Teil. Also gebe ich eine 1 ein, weil ich das ab der ersten Position haben will. Dann wieder ein Semikolon. Ich möchte zwei Buchstaben ab dieser Position, das heißt, ich gebe eine 2 ein, Klammer zu, Enter gedrückt und dann haben wir genau das hier, ka.mu. Mir fehlt jetzt aber, und das hängen wir jetzt auch noch gleich mit dran, noch ein Punkt. Das heißt, nach der schließenden Klammer machen wir nochmal ein kaufmännisches und Anführungszeichen oben, Punkt, diesmal brauchen wir kein Leerzeichen, Anführungszeichen oben, Enter gedrückt und dann sieht das Ganze so aus. Wir kopieren das Ganze nach unten und sind damit auch schon fertig. Das war es eigentlich auch schon. Ich hoffe, das hat den einen oder anderen geholfen. Ich würde mich jedenfalls freuen, wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr Verständnisprobleme dafür oder davon hattet, dann sagt mir ruhig noch Bescheid. Ich werde dann versuchen, nochmal ein neues Tutorial zu erstellen und auf die Fragen einzugehen. Ich hoffe, das war nicht zu kompliziert und ich freue mich über einen Daumen hoch und wenn ich euch bei weiteren Tutorials dann wieder sehe. Alles klar, bis dann, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.